Hallo und herzlich willkommen wieder hier zu einem neuen Video. Heute bin ich wieder hier auf der Wiese. Das ist nämlich ein großer Park und schauen mal was heute so geht. Werden mich dann gleich beim ersten Signal. Bis gleich. So, da haben wir schon das erste Signal. Das sind viele Ameisen. Da ist etwas, jawohl. Jawohl, es sieht rund aus. Es ist eine Münze. So, ein 2 ist zu erkennen. Wahrscheinlich 2 Groschen. Jawohl, nehmen wir mit. So, das nächste gute Signal da schon rausgeschossen. Ok, da ist etwas. Ok, ist ein bisschen abgebrochen. Aber naja, nehmen wir mal mit. Ok. So, wieder ein sehr gutes Signal haben wir da. Ok, was noch? Steckt noch da drin? Achso, glaube ich sehe es schon. Ok, ein Stückchen Müll. Jawohl. Das nächste gute Signal habe ich da schon rausgeschossen. Oh, da ist etwas. Jawohl. Da ist etwas. Aber ich kann jetzt nichts erkennen. Ok, muss ich zu Hause mal sauber machen. Sehr schön. Ok, bin schon gespannt, was da rauskommt. Ok, nehmen wir einmal mit. Jawohl. So, das nächste Signal ist das nächste Signal ist da schon. Achso, wieder ein Matchbox-Auto. Dürfte wieder so ein LKW sein oder so. Ok, nehmen wir einmal mit. Machen wir dann zu Hause es wieder sauber. Jawohl. Sehr schön. So, das nächste gute Signal. So, das nächste gute Signal. Ah, da ist sowas. Jawohl. Das ist rund. Sehr schön. Oh Mann. Eine Münze. Okay, da kann man jetzt, glaube ich, nichts erkennen. Na ja, ich werde es dann dran sauber machen. Ok. So, jetzt ein sehr gutes Signal da rausgeschossen. Ok, einmal Müll. Ok. Das nächste gute Signal habe ich da schon rausgeschossen. Ok, da ist etwas. Und da ist etwas. Ok, jetzt weiß ich nicht, was das ist da. Muss ich einmal zu Hause sauber machen. Ok. Jawohl, weiter geht's. So, das nächste gute Signal habe ich da schon rausgeschossen. Ah, da ist sowas. Jawohl. Und es ist rund. Jawohl, wieder ein Schilling. Sehr schön. Nehmen wir mit. So, wieder ein gutes Signal. Ok, da steckt da drin eine Uhr. Also ich sehe ich schon. Ok, also ich sehe schon. Ok, ein Müll. So, da ist wieder ein sehr gutes Signal. Da ist etwas rundes, kleines. Jawohl, wieder eine Münze. Na ja, ich kann jetzt nichts erkennen. Vermutlich wieder so ein Kreuz oder was. Ok, nehme ich mal mit. So, hier war das nächste gute Signal und das habe ich da schon rausgeholt. Es ist wieder ein Matchbox-Auto. Ein Formel 1. Jawohl. Und dann muss ich es zu Hause mal sauber machen. Sehr schön. So, das nächste Signal habe ich da schon rausgeholt. Ok, da ist es. Ein Stück Blech. Hoppala. Ok, da ist irgendwas zu erkennen. Vielleicht ist es eine Färbermarke. Ok. Oh, hast du keine Ahnung. Da steht nicht mehr so eine Nummer drauf. Zwölf oder so. Na ja, ich werde es einmal wieder sauber machen. Ok. So, das letzte Signal für heute. Ok, muss da hinten sein. Achso, da. Einmal Müll. Jawohl. Ok, Leute. Danke fürs Zusehen. Und ein bisschen was habe ich heute eh wieder gefunden. Und ja, schauen wir mal. Vielleicht komme ich eh wieder hierher. Ok. Danke und bis dann zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Erst mal.